einen wunderschönen herzlich willkommen zu fifa 22 karriere borussia dortmund es geht los mit der dortmund karriere und wir schauen im letzten jahr starten wir mit dem supercup und wieder einmal gegen die bayern der letzte saison oder in fifa 21 besser gesagt gingen wir 0 zu 6 unter im supercup das war nicht gerade das gelbe von meyer vielleicht läuft es heute besser trainer marco rosa moukoko dabei schauen wir uns noch kurz die aufstellung der bayern an supercup ganz vorne lewandowski stimmung ist wahnsinn hier los geht's anke karlanz oh sunny kobe parade lewandowski mit der chance und und kranchi und je der hut so guter pasta fette und da steht es 1 zu 0 Daniel Marlen Erster Schultz, erster Treffer Signal Iduna Park ist laut, Gänsehaut 1 zu 0 Sieht schon mal ganz ganz gut aus Aber die Bayern dürfen wir natürlich nicht unterschätzen So, Ball auf Haaland Der Hut Und hier die Flanke kommt gut Auf Marco Reus Habt ihr das gesehen? Einfach so, bim, bim, bim Ja So kann es auch gehen, Haaland Er hat den Haaland, er schießt, aber Scheitert an Manuel Neuer Das gefällt Marco Reus natürlich überhaupt nicht Oh, aufgepasst Die Bayern im Vormarsch Aber etwas zu langsam Für meinen Geschmack Und wieder Kobel Wow Der Junge hat etwas drauf Aufgepasst Weg mit dem Bar Bar ist noch da Wieder aufgepasst Wieder aufgepasst Nächster Schuss Aber der geht jetzt Weit vorbei Verlust Darf natürlich auch nicht allzu oft vorkommen Jetzt wieder die Bayern über links Über Sané Und Schuss Müller knallt ihn an die Stange Lassen sich zu immer wieder kurz auf War gut verteidigt Hier noch einmal Malen Mit seinem ersten Schuss Und dem Wow Kobel Was machst du Bleib drinnen Gut gehalten Musst du sich nicht einmal ganz strecken Schwinge Letzter Guter Pass Marco Reus Eijiii Fehlt Pass Ja, da fängt ihn ab Flanke Malen Und da ist das 2 zu 0 Schön gemacht, Marlen nimmt die Wolle, steht hier komplett frei und hämmert ihn, das Tor, wunderschön, wunderschöne Treffer, Marco Rose freut sich, 2 zu 0 kurz vor der Pause, ja, intensives Spiel, Bayern noch nicht ganz das, was sie können, aber es wird wahrscheinlich noch im Laufe der Saison werden. Jetzt einmal Halbzeit, 2 zu 0 die Führung hier im Supercup, Haaland von ihm haben wir noch nicht viel gesehen, wird aber schon noch kommen, zweite Hälfte, 2 zu 0 die Führung. Kann Bayern jetzt den Anschluss finden? Wir hoffen natürlich nicht, aber wie gesagt, man darf die Bayern nicht abschreiben, man muss mit denen immer rechnen, die Flanken kommen zwar rein, aber nicht wirklich an, oh, gut gespielt, gut gespielt und da ist das 3 zu 0, wow. Das war schön gespielt, ein wunderschöner Treffer, das kann sich sehen lassen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Daniel Marlen in seinem ersten Spiel für den BVB, dann macht er gleich einmal den Hedrick, das im Supercup gegen die Bayern. Boah, sehr gut verteidigt, für Manuel Neuer, Marco Reus, der Schuss, guter Schuss, aber auch gut gehalten. Wuchtiger Kopfball, aber über das Tor, gut verteidigt, ah, Spielpass, Kobel ist eine Macht heute, ja, dieses Spiel hält den Kasten noch immer sauber. Aber demnächst dürfte es soweit sein. Obseits, so, Nachspielzeit, viel wird hier nicht mehr passieren, ah, und, das war's. Wir konnten uns revanchieren und gewinnen den Supercup im Jahr 2022. WVB hat's geschafft, nach der letzten Pleite 0 zu 6 in FIFA 21, heuer 3 zu 0 im eigenen Stadion. Der Supercup, der erste Titel der Saison, folgen noch weitere, das werden wir sehen. Supercup-Sieger 2022, Borussia Dortmund. Schöne Bilder hier. Ja, Kobel, der für mich Man of the Match. Tolles Spiel, Bayern geschlagen, gleich einmal im ersten Spiel. Macht Lust auf mehr. Das war's von hier, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Daumen und Auber nicht vergessen. Du siehst, Bauchy. Euer Alizinator. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.